Die vierte und letzte Staffel von Die Discounter ist seit dieser Woche zum Streamen verfügbar. Clara Lange schlüpft ein letztes Mal in die Rolle der Pina. Obwohl sie seit der ersten Folge dabei ist, gab es immer noch Herausforderungen für die Schauspielerin. Ihre Rolle Pina hat besondere Hobbys, wie zum Beispiel Hobbyhorsing. Manchmal fiel es Clara schwer, beim Dreh ernst zu bleiben und nicht zu lachen. Es gab eine Szene, in der ich auf einem Steckenpferd im Park herumgeritten bin, erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash. Es war schwierig, da bei der Sache zu bleiben und zu verkörpern, dass das wirklich ein ernstes Hobby ist, gibt Clara zu. Der Spaß am Set kam also nicht zu kurz. Eine ihrer liebsten Erinnerungen ist eine der letzten Szenen der vierten Staffel. Für diese Szene standen alle Darsteller noch einmal gemeinsam vor der Kamera. Das sind eigentlich immer die schönsten Momente, verrät die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Es war auch ganz schön emotional, gibt sie zu. Die Fans der Mockumentary-Serie dürfen sich also auf einiges gefasst machen. Neben vielen Lachern und großen Gefühlen gibt es in der vierten Staffel auch jede Menge Starpower. Wie schon in den vorherigen Staffeln besuchen zahlreiche Promis den fiktiven Discounter Feinkost-Kolinski in Hamburg. Dieses Mal sind unter anderem Anke Engelke, Claudia Obert, Ski-Agu, Jan Böhmermann und Olli Schulz mit dabei. Mit solch einer Besetzung verspricht die finale Staffel ein besonderes Highlight zu werden. Jetzt heißt es zurücklehnen und die letzten Abenteuer von Pina und Co. genießen.